Aber da siehst du, warum ich bin geworden American President von Amerika. Weil es steht mir. Ich kann es fragen. Ich bin dafür geboren. Der Queen hat eine Krone, ich habe diesen wunderbaren goldenen Haar. Das ist wie eine Krone. Ich glaube, wir lassen diesen Rollen wieder drin. Das ist dann wie Understatement der dem. Wunderbar. Warum soll America nicht haben auch eine Queen, eine Krone? So, das sage ich dir. Aber das ist das, was ich will machen nach der Wahl. Genau zu machen, was ich gesagt habe vor der Wahl. Das ist mein Plan. Genau das, was ich gesagt habe vorher nach der Wahl. Du weißt, was ich gesagt habe zu New York Times? Die, ah, Abscham, das ist widerliche Journalist. Ich habe besucht. Das ist ekelhafte Leute. Ah, das ist ein Juwel. Hervorragende Menschen. Wunderbar. Da wie Hillary. Hillary Clinton. Clinton. Ah, aber die braucht auch immer meine Hand zwischen die Beine. Da hat sie nicht gehabt, deswegen hat sie verloren die Wahl. Weil sie hat nicht gehabt, mein Mann, zwischen die Beine. Grauenhafte Frau. Ekelhaft. Sie ist so verlogen. Croctillery. Croctillery. Verlogen und korrupt. Da hat sie ihn gehabt. 33.000 E-Mails in die kurze Zeit, wo sie war Minister. Ah, das würde ich nicht schaffen. Das ist übermenschlich. Sie ist unglaubliche Frau. Völlig verrückt und völlig verlogen. Korrupt und verlogene Frau. Ein großartiges. Ich liebe sie. Sie ist mir sehr ähnlich. Hervorragende Frau. Wunderbar. Sie ist sehr nah an dieser Angela von Merkel von Germany. Ah, aber ich sage, dass sie völlig verrückt. Sie will mit den Flusslingen. Will sie Islam machen zu Deutschland. Sie ist Terrorist. Sie ist völlig verrückt. Sie ist eine grauenhafte Frau. Sie ist geisteskrank. Weil sie hat einmal gesehen nach der Katastrophe vom Zweiten Weltkrieg. Ah, da, aber da. Danach, da war Germany war so great a bag with never before. Das war Wirtschaftswunder. Sie will machen aus diesen Flusslingen einen Challenge, damit sie danach hat Katastrophe. Und dann wird sie noch einmal, Germany, noch einmal größer wie nach 45. Eine völlig geisteskranke Frau. Die ist in Angela. Es ist ihr eine völlig... Ich liebe sie. Sie ist mir sehr ähnlich. Großartige Frau. Großen Respekt. Hervorragende Frau. Wunderbar. Ich werde machen... No, 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 no. Ich werde machen aus meiner Haare eine Ehreabzeichen. So geben Angela. Das ist mein Plan. Das ist mein Plan für die Anzeit, wo ich habe jetzt zu sein. Dankbar für die Leute, die ich verehre. Angela, Hillary, Fred, great man. Great, wonderful, wonderful, wonderful. Bo, Eric, oh, Tiffany, Barron, wonderful people, wonderful. Great people, love, much love. Hier, Jeff, David, Moody, John, wonderful. Politik ist so bad, but ah, these people are so wonderful. Das ist mein Plan, ich sage dir. Das ist mein Plan zu geben die ganze Familie, die ich... Und ich habe eine große Familie, ich habe eine große Familie. Große Familie. Die werde ich alle Jobs geben in meine neue Firma, Amerika. Gott save the Queen. May. Let's go. Ja, let's go, meine Damen und Herren. Das war kein Beitrag aus der Rocky Horror Picture Show, obwohl natürlich der neue amerikanische Präsident schon glänzt mit exzentrisch außerirdischen Impressionen, mit denen er sein Amt neu erschaffen möchte, als Retortenposten zu seinem eigenen orgiastischen Vergnügen. Damit herzlich willkommen zu einem Matthias-Richting-Show-Special, damit Sie Ihr Entsetzen über die letzten Monate noch einmal gut genießen können. Und wer könnte diese Kombination von Politik und Geschäftssinn, von Diplomatie und Schimpftiraden, von Stammtisch und Staatsamt besser erklären, als Donald Trump selber? Hier ist er. Ja, welcome, Mr. Trump. Thank you for coming. Oh, no, not these informally taken, please, no. Oh, Sie verstehen Deutsch. Nein, ich verstehe nicht, aber ich spreche es. Ach so, ja. Herr Trump, also die Wirtschaft hat ja schon lange die wahre Macht, auch bei uns in Deutschland, aber mit Ihnen hat sie ja nun sichtbar die Politik übernommen. Wann stellt H&M den Präsidenten und wann kommt bei uns in Deutschland von McDonald's die Kanzlerin? Oh, no, not so negative. Das ist die ähnliche Politik, die wohl gibt. Sie brauchen kein Lobbyismus, sie brauchen keine Korruption, da muss niemand die anderen bestechen zu bringen, seine Familie in wichtigen Ämter. Mir spürt die, mir spürt die, mir spürt die Amt eine Menge Geld. Ja, ja, aber das Volk hat Sie gewählt, damit Sie die Dinge offenlegen, ja? Aber das, ich mache das. Ach so. Ich, jede Weise arbeite ich nur für mich. Ja, aber Sie haben gesagt, Sie wollen Amerika great again. Genau das, was ich tue. Ich bin Amerika. Ich mache mir great again. Amerika ist meine Firma. Ah, ja, und diese Firma Amerika haben Sie ja übernommen, praktisch als feindliche Übernahme. No, 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 please, no, 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 no. Sogar der CIA sagt, Russland hat sich eingemischt in den Wahlkampf und hat Ihnen zum Wahlsieg geholfen, sagt CIA selber. Der Russland ist ein freier Land? Ja. Wenn der Russland will, dass ich bin Präsident der Russland, hat er demokratische Recht, mich frei zu wählen. Ja, aber Sie sind in Amerika, ja. Ah, das ist grossenartig, dass Russland auch frei wählen kann, sogar in Amerika. Aber Russland ist wegen Ukraine, Syrien, Menschenrechten, der erklärte Feind von Amerika. Ah, ich bin nicht Amerika. Wenn du kannst die Feinde nicht besiegen, dann musst du machen gemeinsame Sache mit ihnen. Ja, deswegen steht ja auch Horst Seehofer sehr in der Kritik bei uns Deutschen, wenn ich Ihnen das sagen darf. Ich bin auch nicht Deutsche. Ich bin ex-territorial. Majestät, hochverehrter Herr Tutti, allärwürdigster Herr Präsident, ich bedanke mich, ausgesprochen, dass Sie mich als bayerische Ministerpräsidentin mit dieser Ehre empfangen, empfangen zu werden und mich beehrt zu haben. Meine Verehrung... Ah, ja, danke, Herr Gebenst. Sie, wir müssen Dinge besprechen dringend wegen den Syrien und Flüchtlingen. Und die Angela lässt ja bei uns alle rein. Können Sie mir das vorstellen? Angela Merkel... Ja, meine Verehrung, und ich sage, die Grenzen machen wir auch nicht. Und zwar zu Berlin. Die Angela kommt mir nicht mehr in unser schönes Land Bayern hinein. Das kann ich Ihnen sagen. Kommen Sie zu Thema. Ah, danke schön. Ja, beim Stichwort Thema sind wir schon beim Thema. Die Angela kapiert es nicht. Weil wir keine Flüchtlinge wollen, belegt die uns doch tatsächlich mit Sanktionen. Das ist doch unerhört. Nein, nicht nur so dran. Wie sagt man in Deutschland? Sanktionen sind für Russland... Wir dürfen nicht mehr Waren bekommen von... Ja, ja, von Bayern. Von Bayern. Von Bayern. Wir werden bestraft. 50% der deutschen Investitionen in Russland kommen von Bayern. Wir werden bestraft mit Sanktionen, weil wir keine Flüchtlinge haben wollen. Das ist doch unglaublich. Nein, nicht nur so dran. Die Sanktionen für Russland sind wegen Ukraine. Das ist uraltes... Na, das ist... Ah, gut, dass Sie das ansprechen. Da habe ich nämlich einen Zettel von... Kriege über von Menschenrechtsorganisationen. Soll ich Ihnen sagen, wo heißt es, steht da wegen Ukraine... Ach, ja, da wird es auch erledigt. Und Ihre Hausaufgaben haben Sie auch gemacht wegen Ukraine? Steht da... Da! Also, da wird es auch erledigt. Da müssen wir nur noch das Ding besprechen, wegen... Wie heißt es noch? Ach, das... Was? Na, hier, da habe ich es aufgeschrieben. Syrien. Ja, also da gäbe es auch Bombardierungen. Und da wären betroffen private Frauen und Kinder. Und wie wenn im Islam jemals Frauen privat wären. Wovon sprechen Sie? Ja, eben, wovon spreche ich? Da haben wir das auch erledigt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, grüß dich, Angela. Ich bin's, der Horst. Ich kenne keinen Horst. Ach, nee, der Seehofer Horst. Ja, ich weiß. Ich dachte, du fühlst dich so wohl bei deinem Herrn Putin. Jetzt, Angela, ich habe doch keine Geheimnisse ausgeplautert. Was denkst du denn? Nein, nein, nein. Du hast uns nur diffamiert. Aber? Und jetzt hast du rollmütig zurückgefunden in deinen Unrechtsstaat. Na, vielen Dank. Ja, was ist denn Unrecht? Ja, ich habe Jahrzehnte hinter der Mauer gelebt. Ich brauche von dir keine Belehrung. Aha, und warum hast du hinter der Mauer gelebt? Also, warum... Wenn ich jetzt... Wenn ich's dir mal sagen will, das waren die Kriegsfolgen. Ja. Deutschland wurde geteilt, der Osten wurde eingesperrt, so viel zum Unrecht. Ja, ja. Und der Westen hat also keine Strafe bekommen oder wie oder was? Also, was soll das denn wohl gewesen sein? Ist ja lächerlich. Der Westen hat als Strafe das Grundgesetz bekommen mit Asylrecht etc. Ja, also... Ja, deswegen lassen wir jetzt alle Flüchtlinge rein. Das Grundgesetz ist die Basis für unsere Menschlichkeit, nicht? Das Grundgesetz ist eine brutale Strafe, mit der wir zur Menschlichkeit jetzt gezwungen werden. Wenn die Nazis nicht gewesen wären, dann müssen wir heute nicht so menschlich tun. Also, du vergreifst dich. Jetzt wart nur. Und der Boden dafür ist es für AfD und PFIDA. Wenn die uns eine neue Katastrophe bescheren, dann möchte ich nicht wissen, was wir von den nächsten Alliierten dann noch an Menschlichkeit aufgebrummt bekommen. Das ist meine Sorge. Deine Menschlichkeit ist ein Sicherheitsrisiko. Du machst eine Herrschaft des Unrechts. Ha, hast du eigentlich keine Angst, dass du in diesem Deutschland mal standrechtlich erschossen wirst? Ah, jetzt geh. Noch so eine Nummer und ich koaliere mit dieser Frau Frau Franke Petry. Aha. Bevor Herr Oettinger sie heiratet. Da kann sie bei deinem nächsten Besuch an der Grenze abfangen und die macht gerne Gebrauch von ihrer Schusswaffe. Oh, diese Merkel. Das ist eine voll schwörgte Frau, die kritisierte seine Hofer. Und da holt der Flüchtlinge nach Deutschland. Voll schwörg, voll schwörg. Ja, aber Mr. Trump, das gebietet das Asylrecht bei uns, das Grundgesetz, das ist die deutsche Verfassung, ist das. So, das sagen Sie selber, die deutsche Verfassung. Die deutsche Verfassung, die wird auch nicht benutzt in Syrien. Warum da habe die Syrien das Recht, die deutsche Verfassung zu benutzen in Deutschland? Das ist voll schwörg, voll schwörg. No, 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 no. Die Verfassung, da muss geschützt werden vor den Flüchtlingen. Da macht, was ich mache mit Mexiko. Da grab den Mauer aus, gebt den Pegida-AfD-Gewehre zu schützen den Mauer. Wenn ihr schon habt irre im Land, dann nutzt sie auch. Patriot heil. Meine Damen und Herren, wir, die AfD, ich als Frauke Petry sage euch, was heißt denn die mit uns befreundete Pegida, mit der wir nichts zu tun haben, die hätten auf einer Demonstration einen Galgen getragen für Frau Merkel. Wie weit muss man entfernt sein vom eigenen Glauben, wenn man sich darüber empört und nicht merkt, dass Pegida nur erinnern wollte an unsere christlichen Werte. Auch Christus hing am Galgen, am Kreuz. Pegida wollte Frau Merkel nur gleichsetzen mit Jesus. Sie wollen nicht, dass sie leidet, meine Damen und Herren. Was ist denn... Wir sind die Erleuchtete, die... Ich werde vollstrecken das... Meine Damen und Herren, in Deutschland werden wir zeigen, wir haben Inhalte. Demokratie ist nur eine Vergeudung von Lebenszeit, die wir... Wollt ihr das Totale? Ich habe aber, danke, dass ihr gekommen seid, meine... Vollstreu. Ich habe eine Frage, hätte ich... Ich weiß, was Sie wollen. Aber ich habe nichts gegen Rassisten, äh gegen Rassen. Aber eine Abgrenzung zu dem, was nicht deutsch ist, von der Abstammung, vom Blut her, ist älter als alle Rechtspopulisten zusammen. Ah, ja. Das geht zurück auf die Herkunft des Menschen, auf Neandertal, auf Steinzeit. Ich bekenne mich zu meiner Steinzeit. Oh, das ist ihr erstes wahres Wort, will ich das mal sagen. Ja. Wir müssen Deutschland frei halten von Muslimen und Flüchtlingen, schon wegen des Klimas. Was hat das denn jetzt damit zu tun, bitte? CO2 wird bekanntlich verstärkt durch den Methanausstoß der Rindviecher. Was? Flüchtlinge und Muslime sind bekannt für den großen Verzehr von Knoblauch, Kohl und Bohnen, die die Flatulenz erheblich steigern. Und die deutschen Werte beim Klimawandel um Jahre zurückwerfen würden. Also bitte, haben Sie deswegen auf Facebook auch den Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge empfohlen? Das war ein technischer Fehler. Was? Ich bin auf der Computermaus ausgerutscht. Oh bitte, das ist ja sehr billig, Frau Storch. Im Gegenteil. Es zeigt, wie tiefenpsychologisch tief unsere Menschlichkeit in uns verankert ist und dann hervorbricht, wenn wir nicht auf das achten, was wir sagen oder was wir tun. Aber wie bitte? Was bitte? Wie bitte? Wenn ich wirklich unterbewusst Schusswaffengebrauch empfohlen habe, so nur deswegen, weil ich diese Menschen schützen wollte vor Pegida-Hass und Asylheimbränden. Sie schüren doch Hass gegen alles Fremde. Und wer weiter wettert gegen die AfD, gegen den können wir uns vorstellen, auch Schusswaffengebrauch zu empfehlen. Oh, wonderful. Die sind storisch, ich liebe das. Da wäre es gegen mich Schusswaffengebrauch. I like. Aber du sollst auch deinen Feind lieben, sagt eine alte christliche Grundlehre, ja? Ah, no. Dazu, ich bin zu sehr Islamist. Was? Nee, dann bleiben Sie bitte nicht lange bei uns. Vielen Dank für Ihren Besuch, Mr. Trump. Okay, aber du sagst nicht viel mehr gegen mich, so. Sie haben gehört. Puff! Ja, wir versuchen trotzdem Christ zu bleiben. Das zeigt auch die Politik der Verteidigungsministerin. Im Feind begegnet sie mit einer familienfreundlichen Bundeswehr. Und die miese Ausrüstung der Truppe gibt dem Gegner die Gewissheit, sicher zu überleben. Allerdings werden das Gewehr G36 und defekte Marienhubschrauber und ungewartete Panzer jetzt schon verramscht bei Kunst und Krempel. Ihr Lieben, ich bin ja nur der Horst Lichter. Ich koche ja normal, aber inzwischen koche ich höchstpersönlich. Flüchtlingskrise, Bundeswehr, Selbstschutz, alles womit Sie sich wehren können. Herzlich willkommen bei Bares für Rares. Wir haben heute jemand da, die will was loswerden, womit Sie sich sicherer fühlen. Die flotte Ursula. Ursula, komm mal rein. Sag mal, du hast ja ein bisschen Flohmarkt dabei. Was ist das denn alles? Gewehre erkennen Sie schon mal? Das ist richtig, sehr verehrter Herr Lichter. Ich habe aber auch Hubschrauber und Drohnen und U-Boote. Ah, das hast du aber nicht dabei. Das sind ja nur alles Muster. Sag mal, Liebelein, wollen wir nicht beim Du bleiben? Gerne. Ich bin Frau von... Ich bin der Horst. Und du bist also tatsächlich eine, die richtig so kämpft in Schlamm und Würden, wie man so sagt. Nein, ich bin Ministerin. Ach, du bist Ministrantin? Na? Du reißt das Zeug nur an. Hm. Für den Kampf hat er wohl nicht gereicht. Was? Du bist mehr Lateinchen. Bitte? Äh, wo hast du denn alles her, Furzelchen? Also das ist alles Material von meiner Truppe? Ach, du hast eine eigene Truppe? Was ist das eine Untergrundbewegung? Bist du bei den weiblichen Hells Angels? Nein, ich hüte die Bundeswehr. Oh! Na, also du willst mir doch nicht weismachen, dann du zerbrechendes Büppchen bei denen hat. Der Witz war gut. Ich bin oberste Feldherrin der Bundeswehr. Du, jetzt reicht das aber. Wenn das alle hört, die sperren dich doch ein. Ich bin Verteidigungsministerin von der Leyen. Ja! Und ich bin der Johann Lafer. Aber das darf der nicht wissen. Also wenn sie mich beleidigen wollen, dann hat es keinen Zeit. Dann zieh ich mich bitte zurück. Nein, Schluchzechen. Nein, nein, ich weiß doch. In Köln ist ja die ernsteste Sache der Welt der Karneval. Das machst du prima. Also schieß doch mal los. Das sind also die Originalgewehre von deiner Bundeswehr. Ja? Sind aber gar keine Autogramme drauf. Nein. Das sind Gewehre, die müssen wir ausmustern. Das ist das Gewehr G36. Das schießt schräg. Das müssen Sie nach oben halten, damit es nach unten schießt. Das Gewehr G36 schießt schräg. Habt ihr so viele Soldaten, die schielen? Meine Soldaten kommen wunderbar damit zurecht. Dass sie nicht treffen? Das finde ich toll. Dass eure Soldaten den Job nicht so tot ernst nehmen. Ja, also was bekomme ich denn jetzt da dafür? Also Mädchen, das willst du ja nicht wissen. Denn wenn deine Soldaten das alles benutzen, dann werden die ja zu Selbstmordattentäter ohne Feindverluste. Also das kann ich dir sagen. Lass die anderen kämpfen. Das ist nichts für euch. Ob auch bald Parteien wie FDP und SPD auf dem Flohmarkt von Horst Lichter angeboten werden, das erzählt er uns jetzt. Hier ist er. Ja. Dach Jungelchen. Ja, Horst. Warum ist die Bundeswehr so schlecht ausgerüstet? Na, also was heißt denn schlecht? Ja. Das ist ja relativ. Guck mal, das Ursula hat ja unsere Bundeswehr kinderfreundlich ausgestaltet. So, jetzt nehmen wir mal für Spaß das berühmte Gewehr G36, das soll ja nicht treffsicher sein. Ja, ja. Große Katastrophe, aber kannst du dir vorstellen, was ein treffsicheres Gewehr anrichtet in der Hand von Kindern, die in der Kaserne stationiert sind? Nein, 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 nein. Also das Ursula hat da konsequente Arbeit geleistet. Das Zeug ist in einem 1a unbrauchbaren Zustand für Kinder völlig ungefährlich. Achso, na, und vor allem geht ja auch die Rumpelkammer Bundeswehr zurück auf Thomas de Maizière. Ach, ja. Stimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Bundesinnenminister wollte ich Sie heute darüber informieren, dass es einschneidende Veränderungen geben wird, um Deutschland zu schützen vor den akuten Gefahren einer neuen Welt, als das in Terror, Klima und AfD. Sie brauchen sich deswegen nicht zu beunruhigen. Vorsorge ist die Mutter der Porzellankiste des Elefanten, nachdem er den Tatort verlassen hat. Es gilt, was wir immer in ähnlichen Fällen den Betroffenen sagen, ob beim Absturz von Germanwings, bei Tschernobyl, bei der Oderflut, bei den Anschlägen von Ansbach in München. Es besteht für Sie keine Gefahr für Leib und Leben. Bleiben Sie ruhig, bewegen Sie sich nicht. Entschuldigen Sie, diesen Satz habe ich für mich selbst notiert. Sie sind in Sicherheit. Es geht nur um die Eventualität eines Angriffes auf uns. Und deswegen machen Sie sich bitte mein Sicherheitskonzept zu eigen. Und dieses Sicherheitskonzept beinhaltet 400 Gramm Zwieback, 100 Gramm Nudeln roh, 750 Gramm Haferflocken, 400 Gramm saure Gurken im Glas. Jedem muss klar sein, dass es eine ungeheure Beruhigung ist. Wenn Sie auf einen potentiellen Islamistenfanatiker treffen oder in einen terroristischen Anschlag verwickelt werden in Paris oder in Brüssel, dann stehen Sie das gelassener durch, wenn Sie wissen, zu Hause haben Sie 750 Gramm Trockenpflaumen, 100 Gramm Ölsardinen oder 300 Bockwürstchen in der Dose. Also man hat ja das Gefühl, die Regierung empfiehlt Vorratskammern, damit die Leute sich geschützt fühlen vor Terrorakten. Aber Vorräte sollst du nur anlegen für 14 Tage, verstehe ich nicht. Ach was. Ja, verstehe ich schon. Weil es ist ja sinnlos, Vorräte zu besitzen für die Zeit nach dem Ableben. Pff, das ist doch sehr beruhigend. Und das ist doch auch ein europäisches Problem. Ach so. In dieser Katastrophe Europa, wo sich alle abwenden, da soll doch dieser Oettinger, der soll jetzt auch Vorratskammern anlegen. Was? Wieso das denn? Ja, der wird doch Haushaltskommissar. Nein, das ist doch was ganz anderes. Das hat der Oettinger auch schon verwechselt. Wirklich. Ach. Ja, ich habe neulich mit ihm darüber gesprochen. Können Sie sehen. Ach. Ja. Frau Merkel gilt ja in der westlichen Welt als liberale Bastion noch und will deswegen Bundeskanzlerin. Ja, da bleibt es mit zu tun. Nein, aber Sie, also Sie stehen ja ihr entgegen, was Sie dauernd herziehen, über die Partner dieser Welt. Ach so. Über wen jetzt? Über Homosexuelle, über Frauen, über Chinesen, über alle, was Ihnen anfällt. Ja, weil das alles Minderheiten sind, die das Leben schwer machen. Wo machen die denn Homosexuelle das Leben? Gute Frage, aber wenn die von mir erwähnte Pflichthomo-Ehe kommt, dann kann ich mir erstmal bei Ihnen einen Satz mal überlegen, wie spreche ich die an? Herr Frau, Frau Herr, wer ist bei denen überhaupt die Frau? Und bei jeder Einladung kann ich vor eine Erkundigung einziehen, wem geben wir am Abend die Blumen und den Handkuss und wem kann ich danach die Männerwissen erzählen? Herr Oettinger, was haben Sie gegen Frauen dann? Ja, bitte, schauen Sie die Frauen doch an, wer eine Frauenquote braucht, um sich in den Vordergrund zu spielen, der gehört zu Sigmund Freud. Ja, Herr Oettinger, wenn Sie über alles schlecht reden, wer soll Sie denn noch ernst nehmen als Haushaltskommissar? Ja, das muss der keiner mitkriegen. Aber Sie treffen doch auf alle, mit denen Sie schlecht in Verbindung stehen als Haushaltskommissar. Ach so, wieso jetzt? Naja, weil Sie verantwortlich sind für das jährliche Budget der EU. Ja, Moment, Buffet ist eine Sache vom Rumsatz. Nein, aber Haushalt ist Sache vom Housekeeping. Wettmachen, aufräumen, saugen, Papierkopplären. Ich werde praktisch von der EU Hausdame. Das ist doch völliger Schwachsinn. Sie kümmern sich um Ausgaben und Einnahmen der EU, Herr Oettinger. Ja eben, Hausdame. Nein. Werden die Handtücher in Brüssel gewaschen oder in Polen, ist es vielleicht billiger in Polen, werden sie überhaupt gewaschen oder kann der Nachbucher sie nochmal verwenden? Nein. Weil er aus dem selben Kulturkreis kommt und kein Veganer ist, all das. Es geht doch nicht um Handtücher. Nein, natürlich nicht. Es geht auch um Gästenseife, um Duschgel und um Bademappen. Nein, es geht um den Etat der EU. Ach so. Ja. Ich sage es doch gleich, weil Sie immer sagen Haushalt. Das ist doch der Etat. Also für mich ist Haushalt, ich habe Handtücher und Seife und Abwasch und Pügel. Es geht nur ums Geld. Ja, dann muss ich sagen, dann würde ich das Amt, das auf mich zukommt, genauso gewissenhaft ausüben, wie das bisherige Amt, was ich gemacht habe. Und zwar das Kommissaramt für, was war das nochmal? Digitales. Das ist digital. Aber da hat man auch gesagt, dass die davon nichts verstehen. Das hat sich bewährt. Was? Weil je weniger man versteht, umso weniger redet man sich selbst stattfischen. Ja, dann alles Gute. Aber Moment, was mache ich jetzt in Europa mit den Handtüchern und der Gästenseife? Also, dass der Oettinger Haushaltskommissar wird, wo doch die Drogenpolitik der Bundesregierung so eindeutig ist. Ich verstehe nicht. Na ja, also die Volker Beck, kennst du, von den Grünen. Also den haben sie doch lange verfolgt. Den Oettinger lassen sie frei rumlaufen. Sie meinen denn im Drogen? Na, also wenn der ohne auskommt, der Oettinger, dann kifft er sich selber. Ja, also ich kann es immer noch nicht fassen, gerade als Parteichef der Grünen, als Cem Özdemir, das Theater, das gemacht wird um Volker Beck wegen 0,6 Gramm Crystal Meth im Eigenbedarf. Ja, und zwar wird das Theater ja gemacht aus reiner Geld hier. Gell? Der Staat kassiert im Jahr in Deutschland am Alkoholkonsum 4 Milliarden. Am Drogenkonsum guckt er in die Röhre. Muss ich mehr sagen? Alkoholtote gibt es im Jahr in Deutschland 74.000 circa bei circa 3 Millionen Alkoholkranken. An Drogentoten gibt es im Jahr in Deutschland nur circa 1.000 bei 100.000 Drogenkranken. Ja, da lohnt eine Besteuerung natürlich nicht. Es gibt einfach nicht genügend Drogentote, um Drogen zu legalisieren. Wissen Sie, Sie können Kinder schänden. Sie können volltrunken Leute über den Haufen fahren. Ja, da sagt der Staatsanwalt, jetzt schauen wir mal, was die Gesetzeslage hergibt. Da gibt es ein Jahr auf Bewährung, zwei Jahre Führerscheinanzug, fertig. Aber nirgendwo reagiert doch der Staat hysterischer wie bei der Steuerhinterziehung. Ähnlich hysterisch wie jetzt beim Volker Beck. Fällt da nichts auf. Der Volker Beck wird verfolgt, weil er statt Drogen nicht gesoffen hat. Von dem Staat Alkoholsteuer entzieht. Indem er nur Drogen konsumiert, hat er praktisch Steuerhinterziehung begangen. Würden 100.000 Drogenkranke nur saufen, hätte Herr Schäuble doch längst die schwarze Null. Dazu kommt, dass es seit den Landtagswahlen in den Landtagen eine AfD gibt mit 15 bis 24 Prozent. Ja, also da kann ich nur sagen, Frau Merkel, herzlichen Glückwunsch. Wann steht bei Ihnen die Polizei vor der Tür? Weil das kann mir keiner erzählen. So viel AfD, desto trägt man wirklich nur mit wesentlich mehr als 0,6 Gramm Christen mit. Also das ist ja bei mir anders. Ich bin süchtig nach mir selber. Und mein Absatzmacht ist riesengroß, wo immer ich mit mir deale. Haben Sie sich dann schon mal angeboten in Kolumbien zum Beispiel als Drogenersatzstoff? Was? Nein, die haben doch Gebietsschutz da. Achso, ja, den haben wir auch. Deswegen müssen Sie jetzt leider das Feld räumen. Horst, vielen Dank, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Was? Achso, schade. Na ja, gut. Tschüss. Und an Sie, meine Damen und Herren, auch vielen Dank, dass Sie da waren. Und bis zum nächsten Mal. Denn wir räumen ebenso das Feld für die, die jetzt Gebietsschutz angemeldet haben für den nächsten Sendeplatz. Guten Abend. Ich Junge. Ich Junge. Helgen.